Musik Ja, da sind wir, 28.01.2017 und man genießt noch die Ruhe. Ja, da kann es ja losgehen. Also Aufbau der Strecke und dann in anderthalb Stunden geht es wohl los. Ja, da sind wir, 28.01.2017 Ja, da sind wir, 28.01.2017 Ja, da sind wir, 28.01.2017 Ja, da siehst du, wenn man die Schaufen, was hat man denn Dreck im Gesicht? Ja, da sind wir, 28.01.2017 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 GmbH im Auftrag des WDR